Der Bergmolch oder Alpenmolch gehört zur Ordnung der Schwanzlöche innerhalb der Klasse der Amphibien. Die Art ist in Teilen Europas verbreitet. Merkmale Während der Paarungszeit im Frühjahr weisen die bis zu 9 cm langen Männchen eine blaue Rückenfarbung auf, ihre Flanken sind schwarz-weiß, gepunktet und zum Bauch hin von einem blauen Streifen begrenzt. Der flache, gerade Rückenkamm ist abwechselnd gelblich-schwarz getupft. Die bis zu 12 cm langen Weibchen sind in Wassertracht dunkelgrau-braun-grünlich marmoriert und zeigen eine etwas schwächere Flankenpunktierung. Die zentrale Bauchseite beider Geschlechter ist leuchtend orange bis zu noberrot gefärbt und, im Gegensatz zu anderen Molcharten, normalerweise ungefleckt. Nach dem Ende der Leichtzeit ab Mai verlassen die erwachsenen Tiere das Gewässer wieder und entwickeln allmählich eine unscheinbare Landtracht. Diese zeichnet sich durch eine oberseits dunkle, fast schwarze, granulierte, stumpfe und wasserabweisende Haut aus. Der Bauch bleibt noch etwas orange, ist aber weniger farbintensiv als in der Wassertracht. Lebensraum, Lebensweise und Vorkommen Der Bergmolch ist ein typischer Bewohner von gewässerreichen Wäldern in hügeligen bis bergigen Landschaften, oft ist er dabei mit dem Fadenmolch vergesellschaftet. Welcher aber insgesamt seltener ist, er fehlt meist in waldarmen Gegenden. Neben dichten Laubwäldern werden auch parkähnliche Gelände und Naturalgärten besiedelt. Der Bergmolch ist außerhalb der Leichtzeit ein nachtaktives Landtier. Tagsüber hält er sich in vielerlei schattigen Verstecken auf, beispielsweise unter Steinen oder Holz. Nachts geht er auf die Jagd nach Käfern, Regenwürmern und anderem Kleingetier. Zu seinen Hauptfeinden zählen Forellen, andere Fische und Larven der blaugrünen Mosaikjungfer, welche vor allem die Molchlarven erbeuten. Nach dem Erwachen aus der Winterstarre im Februar-März wandern Bergmolche sofort zu Gewässern in der Nähe, vor allem Walddümpel und Seen. Löschwasserteiche, Wildsohlen und wassergefüllte Wagenspuren auf Forstwegen, diese können durchaus auch kühl, schattig und vegetationslos sein. Ein Weibchen kann in einer Saison bis zu 250 Eier produzieren. Diese heftet es einzeln an Wasserpflanzen oder Falllaub, indem es mit seinen Hinterbeinen eine Tasche in die Blätter faltet. Je nach Wassertemperatur dauert die Embryonalentwicklung zwei bis vier Wochen. Die älteren, zuletzt 50 mm langen Larven sind von anderen Molchlarven durch ein stumpf zu laufendes Schwanzende mit Dorn zu unterscheiden. Die Larven sind darüber hinaus häufig stark dunkelpigmentiert. Nach etwa vier bis fünf Monaten räuberischen Lebens im Wasser erreichen sie die Metamorphose. Im Gegensatz zu den Kaulquappen der Froschläuche ernähren sich ältere Molchlarven ausschließlich von tierischer Beute. Mitunter auch von ihresgleichen in der ersten Lebensphase werden allerdings Kleinsteigen gefressen. Speziell Bergmolchlarven leben vor allem wenn er stieh nahe am Gewässergrund. Regelmäßig überwintern sie im Gewässer und gelangen erst im Folgejahr zur Umwandlung, zumindest wird dies für Populationen in größeren und tieferen Gewässern beschrieben, die nicht komplett zufrieren. Das Phänomen der Neotenie, also des dauerhaften Verbleibens von Larvenmerkmalen trotz Geschlechtsreife, tritt insbesondere beim Bergmolch relativ oft auf Eiablage und Larvenentwicklung. Punkt. 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 Verbreitung Die Verbreitung der verschiedenen Unterarten des Bergmolches reicht von Nordfrankreich über Teile Mitteleuropas und Norditaliens bis nach Nordgriechenland. In Südosteuropa werden insbesondere größere Gebirgszüge besiedelt, unter anderem die Karpaten und das Dinarische Gebirge. Im Süden Dänemarks und im Norden der eberischen Halbinsel gibt es außerdem desjunkte Vorkommens Areale. In Deutschland kommt der Bergmolch im mittleren und südlichen Teil mehr oder weniger geschlossen vor. Im nordwestdeutschen Tiefland gibt es nur inselartige Vorkommen im Bereich historisch alter Laubwaldgebiete. Dort sind auch die tiefstgelegenen Nachweise zu verzeichnen, auf teilweise nur fünf Metern über Meereshöhle. Im Nordosten Deutschlands fehlt die Art. Schwerpunkt der Verbreitung ist das bewaldete Hügel- und Bergland. Im Alpengebiet kommt die Art in der Schweiz bis auf 2500 Meter NN vor. Systematik und Nomenklatur. Bis zu deren in den letzten Jahren vorgenommenen Auftrennung wurde der Bergmolch in der Gattung Triturus geführt. Dieses bis zu 16 Arten beinhaltende Taxon ist nach gegenwärtiger Auffassung paraphyletisch und war deshalb aufzulösen. Der traditionelle Name Triturus alperstris wird immer noch manchmal verwendet. Nun wird jedoch eine monotypische Gattung für den Bergmolch gefordert. Nach der Prioritätsregel in der taxonomischen Nomenklatur hat dabei die Bezeichnung Ichthyosaura als Ältester sich eindeutig auf die Art. Beziehender Gattungsname den Vorrang. Dieser war im Jahr 1801 vom Autor Latry für eine Molchlarve vergeben worden, die nach heutiger Interpretation eine Zuordnung zum Bergmolch nahelegt. Der 2004 revalidierte und seitdem zunehmend in Gebrauch gekommene Name Mesothriton alperstris wäre demzufolge nicht mehr gültig, da dieser erst 1928 geprägt worden war. Allerdings wird die Validität des Namens Ichthyosaura alperstris gegenwärtig nicht von allen Autoren anerkannt. Diese bevorzugen weiterhin Mesothriton alperstris. Innerhalb des Verbreitungsgebietes wurden zahlreiche Unterarten beschrieben, die teilweise nur in Pädomorphenstadien auftreten und deren Gültigkeit in mehreren Fällen angezweifelt wird. Im Jahr 2013 wurde ein im Miozeen lebender ausgestorbener Nahverwandter des Bergmolchs beschrieben. Ein vollständiges gut erhaltenes Fossil von Ichthyosaura randekensis wurde im Rand Äckermar, einem ehemaligen Vulkanschlot am Rand der Schwäbischen Alb, gefunden. Gefährdung und Schutz Bergmolchbestände leiden unter der Zerstörung oder Beeinträchtigung von Kleingewässern durch das Zuschütten oder den Eintrag von Müll, Dünger und anderen Umweltgiften sowie des Auffüllens vorher unbefestigter Forstwege mit Bauschutt. Werden Fische in Kleingewässer eingesetzt, die dort natürlicherweise nicht vorkommen würden. Für dies in der Regel zum Zusammenbruch der Molchpopulation, da Laich und Larven von den meisten Fischen gefressen werden. Bei den Saison-Ainwanderungen, etwa vom Winterquartier zum Laichgewässer, haben Bergmolche und andere Amphibien an vielen Stellen im dicht besiedelten Mitteleuropa hohe Verluste durch den Straßenverkehr. Wie alle in Europa heimischen Amphibien dürfen Bergmolche und ihre Entwicklungsstadien nicht gefangen werden, sondern sind in ihrem natürlichen Lebensraum zu belassen. Geeignete Schutzmaßnahmen für Molche sind insbesondere die Neuanlage von Kleingewässern sowie deren regelmäßige Pflege. Gesetzlicher Schutzstatus FFH-Richtlinie nicht aufgeführt. Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt. Nationale Rote Liste Einstufungen Rote Liste der Bundesrepublik Deutschland nicht gefährdet. Rote Liste Österreichs NT Rote Liste der Schweiz LC C . . . .